Künstliche Intelligenz. Warum nervt die Anleger das Thema so? Weil sie das Gefühl haben, das ist ein Hype und die Aktien, die da relevant sind, die sind sowieso schon alle hochgeschossen und da macht es auch keinen Sinn mehr, dass man dem noch hinterher rennt. Aber zum Glück gibt es Goldman Sachs. Die stellen nämlich zwei Aktien vor, die noch nicht angesprungen sind, wo wir also noch auf den KI-Zug aufspringen können. Wenn wir das wollen. Bis gleich. Nerv, Nerv, Nerv. Schon wieder künstliche Intelligenz. Haben wir hier doch erst am Montag gehabt. Künstliche Intelligenz, Chancen und Gefahren für die Welt an sich und auch für den Anleger. 18 Minuten lang und wie ein Zuschauer festgestellt hat, leider ohne Mehrwert. Das Video heute wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer und vielleicht ja diesmal mit Mehrwert. Aber wir wollen es da jetzt auch nicht übertreiben. Wir sind ja hier immer noch auf YouTube. Es geht um zwei Aktien, die empfohlen worden sind von Goldman Sachs und nicht nur das. Die sind von denen sogar auf ihre Conviction-Buy-List draufgesetzt worden. Das ist die Liste mit Aktien von denen, die ganz besonders überzeugt sind. Also sozusagen der Ritterschlag von Goldman Sachs. Es geht um künstliche Intelligenz. Es geht um zwei Konzerne, die davon stark profitieren sollen. Und der Markt habe das aber noch nicht so gemerkt. Es geht um Alibaba und um Baidu, beide aus China. Und eins kann man schon mal sagen, wenn das die großen Profiteure sind vom KI-Boom, dann hat das der Markt definitiv noch nicht gemerkt. Die Aktien liegen nämlich immer noch relativ am Boden. Hier haben wir Baidu, der 5-Jahres-Chart von TradingView. Ich habe die ADRs aus den USA genommen. Die haben einfach die längere Historie. Man kann aber inzwischen auch die Hongkong-Aktien kaufen. Die werden auch in Deutschland gehandelt. Im Corona-Jahr 2020, da hat es noch einen Begeisterungsschub gegeben für chinesische Technologie-Aktien. Aber ab Anfang 2021 sind sie dann aber in sich zusammengeklappt und sind in der Spitze um über 70% gefallen. Von der Chart-Technik her könnte man vielleicht sagen, okay, inzwischen sieht es wieder ein bisschen besser aus. Dieser Abwärtstrend, so bis Herbst letztes Jahr, der ist unterbrochen worden wenigstens. Jetzt stabilisiert es sich immerhin auf einem niedrigen Niveau. Und die KGV-Bewertung von Baidu, die liegt auch nur noch bei 15. Und was für so eine Aktie für Chinas Google, für den Marktführer bei Internetsuche auf dem größten Internetmarkt der Welt jetzt ja auch nicht mehr viel ist. Noch dramatischer ist es bei Alibaba. Die haben sogar nur noch ein KGV von 11 für das laufende Jahr. Ein KGV von 11 hat man vielleicht, wenn man in Europa Stahl produziert, aber normalerweise nicht als einer der weltgrößten E-Commerce-Konzerne und Cloud-Anbieter. Und hier auch Alibaba auf 5 Jahre, auch wieder die US-ADRs, der Kursverlauf ist ganz ähnlich. Zwei Jahre lang Dauerabsturz, hier sogar um fast 80%. Und jetzt mit gutem Willen auch wieder eben eine gewisse Stabilisierung, aber noch nicht unbedingt die Trendwende. Alibaba ist für das, was passiert ist im chinesischen Technologiesektor, der Klassiker. Das IPO, der Ant Group, das geplatzt ist. Harte Regulierungen, hohe Geldstrafen, noch höhere freiwillige Spenden dann. Und ein Gründer, der monatelang mehr oder weniger von der Bildfläche verschwunden ist. Inzwischen ist Jack Ma wieder da. Er kümmert sich aber hauptsächlich um Fragen der Landwirtschaft. Und dann ja auch noch die Lockdowns. Und dann noch die enttäuschende Wirtschaftserholung jetzt in China. Wir haben das hier ja alles intensiv verfolgt. Und eine Zeit lang gab es unter den Videos hier zu Alibaba ja immer noch die letzten treuen Fans. Die haben dann auch immer Herzchen und Raketen reingestellt zur Aufmunterung. Aber auch das hat natürlich irgendwann mal aufgehört. Vielleicht ist es ja ein Kontraindikator. Und in dem Zusammenhang, jeder Kanal hier braucht natürlich auch Abonnenten als Unterstützung. Es ist ganz einfach. Zum Abo geht es hier. Und dann gehen Sie einfach auch noch auf die Glocke. Dann kriegen Sie auch die neuen Videos, wenn die da sind, auch gleich angezeigt. Gibt es eine Chance, dass das Elend bei Alibaba irgendwann mal ein Ende hat? Und dass es da wieder aufwärts geht? Die Analysten, die sehen die Aktie eigentlich fast alle positiv. In New York sind wir jetzt gerade ungefähr bei 88 Dollar. Wir haben aber Kursziele von 131 Dollar bei der HSBC, 145 Dollar bei der Citigroup, 147 Dollar bei Credit Suisse und sogar 150 Dollar bei Morgan Stanley. Also ein Kurspotenzial von 45 bis 70 Prozent. Goldman Sachs, die sind mit ihren 128 Dollar da eigentlich noch relativ konservativ. An den Analysten liegt es also nicht. Aber die Anleger, die sind einfach doch resigniert jetzt. Und wie argumentiert man zum Beispiel bei Goldman Sachs? Die sagen, Alibaba ist bei künstlicher Intelligenz sowieso ein führender Anbieter. Sie haben jetzt zum Beispiel auch ihren Bildgenerator veröffentlicht. Oder sie haben ihre KI-Cloud-Lösung für Firmen auch vorgestellt. Aber darüber hinaus, künstliche Intelligenz, das sei eben auch was, was grundsätzlich stark über Cloud-Dienste laufen wird. Und da ist Alibaba in China der Marktführer. Und man gehe davon aus, dass das zusätzliches Marktvolumen schafft bis 2027 von 21 Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist schon mal gut. Und außerdem gibt es ja auch noch die Kernbereiche E-Commerce, dann eben Cloud-Dienste und Fintech. Die würden sich jetzt dann doch erholen, zumindest moderat. Mit anderen Worten, bahnfrei für höhere Kurse. Es muss jetzt aber natürlich erstmal so kommen. Zum Beispiel das März-Quartal, da war das Umsatzwachstum auch wieder nur bei 2 Prozent. Das ist nicht so berauschend. Und der China-Umsatz ist sogar um 3 Prozent geschrumpft. Und das sollte natürlich irgendwann mal schon wieder besser werden. Und was ist zu halten von dieser Aufspaltung von Alibaba, die da kommen soll? Es sollen ja letztlich vom E-Commerce da drumherum, soll alles abgetrennt werden und an die Börse gebracht werden. Also die Ant Group, das Cloud-Geschäft, das internationale Geschäft, das Streaming-Geschäft, die Lieferdienste und so weiter. So dass wir am Schluss dann sieben Unternehmen haben werden und nicht mal eins. Und einige sind da ja ganz euphorisch und sagen, das wird Werte heben. Das wird die Werte von Alibaba endlich sichtbar machen. Ist aber die Frage, ob das gleich der große Durchbruch ist. Also erstmal ist das die Reaktion auf die Anti-Monopol-Regulierung der chinesischen Regierung, die ja bei Alibaba ganz hart zugeschlagen hat. Und bei JD.com zum Beispiel, das ist auch ein chinesischer E-Commerce-Konzern, da haben wir solche Spin-offs zum Teil schon gehabt. Das hat der Aktie aber auch nicht viel gebracht, obwohl das auch ein sehr spannendes Unternehmen ist. Vielleicht findet ja eine gewisse Wertsteigerung statt durch diese Aufspaltung, aber meiner Meinung nach wird es wahrscheinlich nichts kriegsentscheidend sein. Baidu, eine völlig andere Geschichte. Baidu ist ein Konzern, den die chinesische Regierung nicht großartig auf dem Kieker gehabt hat, weil Baidu in Bereiche investiert, die Peking auch stark interessieren. Nämlich eben zum Beispiel künstliche Intelligenz und das schon seit 2010. Sie haben ziemlich früh auch gesagt, dieses ganze Zeug mit E-Commerce und Ticketverkauf und Lieferdienste und, und, und. Das macht jeder, da ziehen wir uns raus. Und sie haben sich dafür spezialisiert auf Hochtechnologie, auf Industrielösungen, Cloud-Lösungen, Internet der Dinge, Halbleiterentwicklung und vor allem auch aufs autonome Fahren. Das Thema ist ja auch nicht von Pappe. Und da haben die aber inzwischen in China 200 Robotaxis auf der Straße, die ohne Aufsicht fahren dürfen. Und am Jahresende sollen es sogar bis zu 400 dann sein. Wir haben aber auch bei Baidu das Problem, dass das Kerngeschäft schwächelt. Internetsuche, das lebt von Werbung und die Unternehmen sind dann auch vorsichtig im Moment. Aber wir haben immerhin im ersten Quartal da auch wieder ein Wachstum, wir haben von 8%. Es geht also auch da wieder leicht aufwärts. Und was wir jetzt eben außerdem auch haben, das ist der erste Chatbot, den Arnie-Bot. An dem hat Baidu ja schon seit 2019 gearbeitet. Der hat einen schwachen Start gehabt bei der Präsentation. Aber so schlecht ist er anscheinend nicht. Und eins darf man ja auch nicht vergessen. Also auch wenn die Anwendungen von Google oder von Microsoft oder von sonst wem, auch wenn die besser sein sollten. Aber die kommen ja nicht in den chinesischen Markt rein. Weil da hat man nämlich doch noch ein paar andere Vorstellungen davon, was so eine künstliche Intelligenz so von sich geben darf und was nicht. So oder so, China ist für künstliche Intelligenz ein riesiger Markt. Und er wird aller Wahrscheinlichkeit nach eben auch beherrscht werden. Von chinesischen Unternehmen. Und ich habe hier ja auch über Baidu schon einige Videos gemacht. Und ich habe mich immer drüber mockiert, dass Baidu ja unglaublich interessante Bereiche hat. Eben die künstliche Intelligenz und das autonome Fahren und so weiter. Und dass sie da auch sehr, sehr viel investiert haben schon. Dass sie da aber noch kein Geld verdienen und dass darum der Markt diesen Bereichen auch kein Wert zubilligt. Interessanterweise, jetzt sind wir aber mitten im KI-Hype. Aber bei Baidu wird den neuen Bereichen trotzdem immer noch kein Wert zugebilligt. Oder zumindest nicht viel. Dabei verdienen ja Microsoft oder Google mit ihren künstlichen Intelligenzanwendungen im Großen und Ganzen ja auch noch kein Geld. Aber das Ganze liegt natürlich daran, dass Baidu und auch Alibaba chinesische Unternehmen sind. Und das Marktumfeld war einfach schlecht. Ich würde Goldman Sachs aber zustimmen insofern, dass auch Alibaba, aber vor allem Baidu grundsätzlich mehr wert sein müssten an der Börse, als sie das im Moment sind. Wir brauchen aber natürlich auch wieder ein besseres Umfeld für China. Und es gibt ja gute Gründe, dass China-Aktien gemieden worden sind in letzter Zeit. Die Geopolitik, die schwache Wirtschaft, die Angst vor neuen Regulierungen und, und, und. Es gibt aber auch ein paar kleine positive Entwicklungen. Das Erste ist, so wie es aussieht, ist die große Regulierungswelle jetzt wahrscheinlich erstmal wirklich vorbei. Und speziell für den Technologiesektor wäre das natürlich schon sehr positiv. Das darf man auch nicht unterschätzen. Und das Zweite, Geopolitik ist und bleibt zwar ein Risiko für China-Aktien, aber was positiv ist, sie spielt jetzt bei Weipen nicht mehr die Rolle am Markt, die sie noch vor ein paar Monaten gespielt hat. Im Moment geht es da jetzt wieder fast nur noch um die chinesische Wirtschaft. Und die Marktteilnehmer sind besessen von der Frage, kommt aus Peking jetzt noch ein großes Stimulus-Paket oder kommt da nichts. Es hat aber auch sein Gutes. Es kann eben nämlich auch sein, dass die chinesische Wirtschaft im Moment sowieso auch ein bisschen unterschätzt wird. Aber es ist natürlich kurzfristig unser Risiko bei solchen Aktien. Bei Aktien wie Alibaba, bei Aktien wie Baidu. Wenn man die jetzt kauft, dann macht man das wahrscheinlich eher mit einer Art mittelfristiger Perspektive und weil man sagt, sie sind auf mittlere Sicht unterbewertet. Und nicht, weil man sagt, das sind jetzt Aktien, die gerade wahnsinnig gut laufen und da muss man jetzt ganz schnell rein. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch immer so, wenn irgendwas unterbewertet ist oder unterbewertet sein könnte, dann hat das ja meistens auch irgendwelche Gründe. Also man kann nicht erwarten, dass bei einer Aktie wirklich alles toll ist und dass alles läuft und dass es überhaupt keine Probleme gibt, aber dass sie trotzdem immer noch stark unterbewertet ist. Sowas gibt es eben eher selten. Und auch bei Alibaba und bei Baidu, da gibt es Gründe für die Underperformance. Aber man kann Goldman Sachs wahrscheinlich trotzdem zustimmen, dass sie jetzt unterbewertet sind und dass vor allem auch die Zusatzfantasie durch künstliche Intelligenz bei beiden Aktien noch nicht eingepreist ist. Und zu künstlicher Intelligenz an sich, da verweise ich nochmal auf mein Video vom Montag. Und zum Schluss jetzt noch zwei Bilder aus dem Vatikan. Es geht ja hier auf dem Kanal nicht nur um profane Dinge. Der Papst einmal mit einer poppigen Daunenjacke und einmal beim Hantieren mit Handfeuerwaffen. Das sind natürlich auch Bilder, die erstellt worden sind von einem KI-Bildgenerator. Jetzt kann man natürlich sagen, ist doch witzig, aber eins ist auch klar, obwohl wir da erst am Anfang sind. Aber das ein Bild, das man sieht, dass das in Zukunft noch irgendeinen Anspruch auf Wahrheit hat, auch das kann man jetzt schon vergessen. Und mal schauen, was da sonst noch so passiert die nächsten Jahre. Alles Gute Ihnen schon mal und wie immer Dankeschön fürs Zuschauen.